Deutsche Welle Deutsch lernen mit Nachrichten Donnerstag, 22. September 2011, 9 Uhr in Deutschland. Papst Benedikt XVI. kommt an diesem Donnerstag zu seinem ersten Staatsbesuch nach Deutschland. Vier Tage lang besucht das katholische Kirchenoberhaupt sein Heimatland. Nach einer Begrüßung durch Bundespräsident Christian Wulff und Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft sich das Kirchenoberhaupt mit beiden Politikern zu Gesprächen. Für den Abend ist eine Messe im Berliner Olympiastadion geplant, zu der mehr als 70.000 Gläubige erwartet werden. Es gibt aber auch eine politische Premiere. Als erster Papst spricht Benedikt im Bundestag. Etwa 100 Abgeordnete von SPD, Grünen und Linken wollen der Rede fernbleiben. Sie begründen ihr Boykott damit, dass der Auftritt des katholischen Kirchenoberhauptes unvereinbar sei mit der religiösen Neutralität des Staates. Trotz weltweiter Proteste ist der wegen Polizistenmordes verurteilte Amerikaner Troy Davis im US-Staat Georgia hingerichtet worden. Davis, der in den 20 Jahren in der Todeszelle stets seine Unschuld betont hatte, starb im Staatsgefängnis Jackson durch eine Giftspritze. Die Hinrichtung ist eine der umstrittensten in der US-Justizgeschichte überhaupt. Dem Schwarzen wird zur Last gelegt, 1989 in Savannah einen jungen weißen Polizeibeamten umgebracht zu haben. Doch die tatsächliche Schuldfrage erscheint ungeklärt. Im Streit über den Antrag der Palästinenser auf eine Vollmitgliedschaft bei den Vereinten Nationen zeichnet sich auch nach einer Vielzahl weiterer Gespräche keine Lösung ab. Ein Treffen zwischen US-Präsident Barack Obama und Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas am Rande der UN-Vollversammlung in New York blieb nach Angaben von Sprechern beider Seiten ohne greifbare Fortschritte. Die beiden Politiker hätten ihre jeweiligen Positionen bekräftigt, hieß es. Demnach unterstrich Obama, dass er im Weltsicherheitsrat sein Veto gegen den Aufnahmeantrag einlegen werde. Zugleich wiederholte der US-Präsident seinen Appell, wonach nur Verhandlungen mit Israel zu einem palästinensischen Staat führen könnten. Ähnlich hatte sich Obama zuvor bereits bei der UN-Generaldebatte geäußert. Abbas hielt dagegen an seinem Vorhaben fest, UN-Generalsekretär Ban Ki-moon am Freitag den Antrag auf Vollmitgliedschaft vorzulegen. Ban appellierte derweil an Israel, zurückhaltend auf den Vorstoß der Palästinenser zu reagieren. Nach Präsident Barack Obama hat auch die US-Notenbank FED ein neues milliardenschweres Programm zur Stützung der lahmenden Konjunktur angekündigt. Bis Mitte kommenden Jahres will die FED eigenen Angaben zufolge für 400 Milliarden Dollar langfristige Staatsanleihen zurückkaufen. Gleichzeitig sollen kurzlaufende Anleihen veräußert werden. Mit diesem Schritt will die Notenbank erreichen, dass die Zinsen etwa für Unternehmenskredite oder Immobiliendarlehen weiter sinken und so die schwächelnde Konjunktur neue Impulse erhält. Es gebe erhebliche Abwärtsrisiken für die US-amerikanische Wirtschaft, erklärte die Notenbank zur Begründung. Den Leitzins belies die FED weiterhin auf dem historisch niedrigen Niveau nahe 0%. Die New Yorker Wall Street reagierte mit Kursverlusten auf die Ankündigungen. Auch in Asien gingen die Kurse auf Talfahrt. EU-Ratspräsident Hermann van Rompuy hat eine Staatspleite Griechenlands ausgeschlossen. Dieses Risiko könne man nicht eingehen, betonte van Rompuy. Die Regierung in Athen hatte am Mittwoch weitere drastische Kürzungen für Rentner und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes beschlossen, um sich einen weiteren Notkredit der internationalen Geldgeber über 8 Milliarden Euro zu sichern. Nochmals sollen tausende Staatsbedienstete entlassen oder in die Teilzeit geschickt werden. Ob das Geld freigegeben wird, entscheidet die sogenannte Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds. Deren Experten sollen nächste Woche nach Athen zurückkehren, um ihre Prüfung der griechischen Sparfortschritte fortzusetzen. Unterdessen warnte Kanada vor einer weltweiten Bankenkrise als Folge der Schuldenprobleme Griechenlands. Finanzminister Jim Frarity sagte vor einem Treffen mit seinen Kollegen der G20-Staatengruppe in Washington, sollten die Europäer ihre Schwierigkeiten nicht in den Griff bekommen, würden die Märkte Tatsachen schaffen. Und das Wetter in Deutschland. Nördlich des Main ein Wechsel von etwas Sonne und dichten Wolken mit einzelnen Schauern. An den Küsten auch längere, heitere Abschnitte. Im Süden viel Sonne und trocken. Höchstwerte 15 bis 22 Grad. Die weiteren Aussichten am Freitag in der Nordhälfte wechselnd bewölkt und weitgehend trocken. Nach Süden hin überwiegend heiter und niederschlagsfrei. Höchstwerte 19 bis 22 Grad. Höchstwerte 19 bis 22 Grad.